ARD Text im Auftrag von Funk 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 LOL! Sag mal, hast du mir jetzt gerade auf den Arsch geguckt oder was? Hä? Hä? Was soll denn das? Hast du gedacht, ich bin ein Mädchen, gell? Geiler Arsch, oder? Nein! Jetzt hat die Sache so ein bisschen sexuelle Konnotation. Das ist geil für die kleinen Benster, die es nicht schaffen, die drei Klicks auf Pornharts zu finden und dann die YouTube-Kennst mit dieser Scheiße voll zu bringen! Das wird geklickt! Was ist das hier? Alter, das ist richtig gone wrong. Der kommt bestimmt in den Knast und muss 35.500 Euro bezahlen. Oder 37.500 Euro. Nicht jetzt hier hinstellen. Sie laufen durchs Bild, was soll denn das? Wir machen ja gerade eine professionelle Web-Videoproduktion. Okay, ich lasse. Leute, guckt mal! Meine Fruchtblase platzt! Wie geht's, Francis? Ich glaube, ich freue mich. Ich habe den besten Prank aller Zeiten. Pass auf! Achtung! Da! Ah! Da hat er reingeguckt! Prank! Ich habe dir einen Ring aus Fingern gezeigt! Beste! Also, ich weiß, deine Hand wurde mal durchlöchert, gell? Ja, ja. Und hat ein bisschen Wege daran. Du bist eins, hier seins. Ah, bist du dumm! Hallo, hallo, hallo? Hey, so, wie geht's? Klick da! Hä? Scheiß hier, Dreckscheiß. So, wir müssen doch dafür sorgen, dass die Tacke-Jort nicht geklickt wird. Und dann müssen wir irgendwie laufen hier. Wär doch gelacht. Scheiß hier, ey. Quick! Tire! Tire! Awesome! Awesome! Und jetzt? Cheese! Cheese! Perfect! Jetzt wird jeder dieses Video sehen. Ja! Awesome! Really? Yes! Hallo, sind Sie die Lehrerin? Haben Sie hier schon mal reingeguckt? Haben Sie hier schon mal reingeguckt? Oh, hallo! Ich bin der von NostarafoTV. Hallo! Hallo, ich bin der Algorithmus! So, meine Arbeit hier ist getan. Ich soll jetzt noch sagen, danke, danke bei den Patreon-Leuten, dass ihr die unterstützt, die Affen hier. Meine Güte, ich habe damit nichts zu tun, ey. Ihr sollt das Video vielleicht irgendwie teilen oder so einen Scheiß. Schön liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, die Rassel-Rasseln und was man aber nicht alles machen kann. Alles schön, dass der Algorithmus schön in den Magotzen reinfiguriert ist. Ich habe doch keine Ahnung davon. Meine Güte, ey. Macht's gut, ich bin raus. Ich wäre gut, wenn ihr ihn hallo. Abonn athlete LinkedIn 3 1 2 Bis zum nächsten Mal.